Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Rockt doch mal den Like-Button, das wäre richtig, richtig cool. Und lasst ein Abo bei diesem Kanal da. Und vielleicht kann ich euch jedes Video jetzt einen Kommentar einblenden, wenn ihr Lust habt. Und wo befinden wir uns? Wir befinden uns, wie ihr sehen könnt, nicht in Berlin, ja, aber auch nicht in Mexiko oder in Albanien, sondern wir befinden uns in Paris, Leute. Ja, Paris, heftig. Und ich dachte mir mal, ich liebe es, solche Art von Videos zu machen, einfach zu reisen und euch ein paar Sachen zu zeigen. Und ich will euch bei diesem Video, geht es hier um die ersten 24 Stunden, hier in Paris, ich will euch jetzt nicht nur irgendwie den Eifertower oder sonst was zeigen, sondern erstmal erklären so, wie ich hierher gekommen bin. Und da starten wir auch gleich mal. Ja, und zwar bin ich mit dem Flixbus richtig günstig, es ist heftig, richtig günstig, für 50 Euro, ja, hierher gekommen. Von Berlin, ZOB bis hierher nach Paris. Das hat ungefähr 12 bis 13 Stunden gedauert. 19 Uhr sind wir losgefahren am ZOB und wir sind dann irgendwann um 9 Uhr hier angekommen. Und deswegen habe ich jetzt auch leichte Kopfschmerzen. Wir haben gerade 17.03 Uhr, ja, und bei mir kommt es so vor, boah, es wäre ich die ganze Nacht wach gewesen. Also man, es ist super, super Preis, ne, es ist wirklich sehr, sehr preisgünstig für 50 Euro. Aber, jetzt ist aber, du kommst halt an wirklich mit einem Jetlag so, ne. Du kommst an mit einem Jetlag, aber es ist preisgünstig. Deswegen, ja, habe ich es einfach mal versucht, so zu reisen und es hat gepasst. Zurück geht es übrigens mit einem Zug nach Köln und von dort dann aus nach Berlin wieder. Also viel, 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 viel schneller. Und ich möchte euch erstmal zeigen, ja, wie wir hier am Busbahnhof angekommen sind. So Leute, 13 Stunden Fahrt jetzt hier angekommen. Es geht vollkommen klar, muss ich sagen, ne. Es geht vollkommen klar. Ich habe echt geschlafen. Es ist mal ein Tag, wo ihr halt mal, ja, nicht so guten Schlaf jetzt habt, aber für 50 Euro, absolut kreiskünstig. Und jetzt sind wir hier am Busdominal, wo, glaube ich, nur Flixbusse sind. Nur Flixbusse. Ja, Hotel ist aber erst, das ihr auch natürlich später seht, um, ich glaube, 16 Uhr können wir erst rein, also Airbnb. Und deswegen werden wir jetzt erstmal Kaffee trinken und irgendwann mal die Zähne putzen, aber es regnet. Welcome to Paris, Leute. Ja, hätte ich mal wieder einen Vlog. Ich liebe es zu flogen, Leute, ja. Also schreibt auch mal schon mal in die Kommis, ob ihr vielleicht cooles Spot hier in Paris kennt. Genau, Leute, das ist übrigens, genau, das ist das Busdominal hier. Sehr, sehr geiler Eingang. Wirklich so Berlin-Wipes, muss man sagen. Hat natürlich krass geregnet. Und genau, jetzt fahren wir, hat er auch noch nicht gerichtet, macht es jetzt mal auch alles entspannt hier ohne großartig Ton und so. Fahr mir zum Garst de Lyon und von dort dann zum Terminal Nord zu dieser großen, ja, zu dieser großen Bahnstation halt. Na? Genau. Und so schaut es hier aus. Wow, ich feiere die Graffitis und so. Wow. Sehr, 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 sehr cool. Da hat man gleich so das Feierchen in Europa, so Graffitis und so gibt es immer das hier. Wow. Ja, also, da so der erste Eindruck. Ich war natürlich schon mal in Paris, aber schon Ewigkeit, naja, ja, wirklich schon sehr, sehr lange her. Und ja, hier schau mal, wollte ich euch erstmal so zeigen, wenn ich hier ankommt, genau, dann geht es gleich hier vorne, sozusagen so eine S-Bahn-Station, ja. Und da könnt ihr dann auch ins Zentrum oder dahin fahren, wo ihr wollt, fahren. Natürlich funktioniert auch das Internet, also ich habe zum Beispiel O2 und deswegen kann ich das Internet benutzen. Und ja, da könnt ihr dann gleich jetzt überall hier hinkommen. Also, nächster Step ist erstmal hier vor zu dieser großen S-Bahn-Station. Ich liebe es zu vloggen, Leute. Sieg alle, wenn wir die Preise auflegen in Deutschland, ich schau gerade so in so einen Dönerladen da hinten. Vielleicht könnt ihr es im Hintergrund ein bisschen sehen. Kostet den Döner einfach mal 8 Euro und der Spiel schaut echt nicht so gut aus, ja. Also, da sind unsere Preise auf jeden Fall schon noch mal einiges günstiger, zumindest in Berlin, ja. Was ich mal hier so schaut, ist das natürlich gleich hier am, wie heißt das genau denn, an dieser Bus-Station. Ja, und die Preise in Paris sind richtig hoch. Hier kostet zum Beispiel eine kleine Cola 5 Euro. Ich habe auch Restaurants gesehen, da geht es bei den Bierpreisen ab 7 bis 10 Euro los. Auch wunderschön, die Sonne kommt raus. Genau, hier geht es zur U-Bahn. Und ja, gerade mal hier geschaut, so Cola 0,35 Euro. Na, also wir regen uns mal auf in Deutschland, aber Preise, Leute, sind bei uns, also zumindest in Berlin, noch viel, 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 viel günstiger. Können wir uns auf jeden Fall nicht beschweren, ja. Genau, also hier wunderschön, boah, gibt es mal. Wir benutzen dann später auch das Mic, das ist nur für den Anfang. Ich wollte euch einfach mal so zeigen, ja, wir sind gerade erst angekommen, Leute. Gebt euch mal hier, wow, Architektur ist sehr, sehr geil. Und wir gehen jetzt mit euch in die U-Bahn runter und fahren nur zwei Stationen zu, ich spähe es immer falsch aus, es tut mir wirklich leid, zu Norse, ja, also Garce de Norse. Zwei Stationen und ja, Leute, aber das Wetter jetzt wirklich sehr geil, ich liebe es zu reisen. Boah, so, wir schauen mal. Können wir auch Tickets kaufen, ist nicht wie bei uns, könnt ihr sehen. Sonst geht es hier jetzt gar nicht rein, ja. Also wir brauchen ein Ticket, um hier in diesen Schrank, ne, reinzukommen, Leute. Und da vorne gibt es die Tickets, ja, da vorne. Ticketsautomaten. Schaut mal hier, eine Fahrt, ne, eine Fahrt ist krass. Zwei Euro zehn, Leute, ja. Eine Fahrt, zwei Euro zehn könnt ihr hier kaufen, weil ihr kommt ja nur so rein, ich wäre jetzt auch so gefahren, wie bei uns in Deutschland. Ihr wisst, wie es ist, ähm, genau. Zwei Euro zehn, eine Fahrt und, genau, da wird hier auch alles ausgeschildert und so weiter, hast du nicht gesehen. Hier geht es dann ran, hier, für you. Okay, genau, so wie in Asien auch und so weiter. Oh mein Gott. So ein Tourist, der sie nicht auskennt. Es ist schon eher so ein Zug hier, muss man sagen, aber es ist richtig leicht ausgestellert. Wie gesagt, Google Maps, ja, Google Maps und dann seht ihr alles. Oh, ja. So schaut der Zug aus. Tja, tada. Schau mal, was lang geht. Es ist wirklich sehr, sehr leicht ausgeschildert alles, ne. Ja, und so schaut übrigens die U-Bahn aus. Die war auch sehr, sehr sicher und sehr sauber. Ich kann euch empfehlen, holt euch ein Tagesticket. Kostet 13,50 Euro für 24 Stunden. Mal ganz kurz den ersten Eindruck hier. Ich finde die Architektur in Paris oder allgemein in Frankreich so wunderschön. Gebt euch mal, wow. Gerade hier vom Bastürmen und Nose rausgekommen. Und da vorne ist auch schon ein Döner. Vielleicht werden wir auch mal ein Döner-Video-Test machen mit euch zusammen. Habe ich vor, wie es aussieht. Genau, hier Kebab und so weiter. Und da könnt ihr sehen, hier Französische Stefane. Die Gebäude ist sehr, sehr wunderschön, ja. Nur mal kurzer, erster Eindruck hier. Und schaut mal, da ist auch ein Döner. Und ich denke mal, wir sind gerade erst angekommen, weil meine Frau will zu McDonalds gehen. Ich glaube, ich denke mal, vielleicht machen wir gleich einen Döner-Test, Alter. Berliner Döner. Und ja, das sind so die ersten Eindrücke. Ich will euch ja mal sagen, so die ersten 24 Stunden auch hier in Paris. Ohne Mikrofon, aber das machen wir natürlich auch noch. Was will ich so alles erleben für euch? Und dann haben wir, weil wir sind in Paris wegen meiner Frau, ihre Mutter besucht uns hier und die ist hier angekommen in Paris. Und wir fahren mit ihr dann auch nach Berlin. Aus diesem Grund, genau, sind wir nach Paris gefahren. Und dann dachte ich mir, komm, ich mache ein paar Vlogs. Und jetzt kommt es, ihr seht, das ist heute echt sehr, 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 sehr windig. Möchte ich euch mal zeigen, wo unser Hotel ist. Das seht ihr jetzt? Genau, und hier drin ist das, genau hier, das ist so ein Fotostudio. Da ist das Airbnb und ja, sowas feiere ich halt. Also weit von so Touristendingern, sowas dann zu sehen, wie zum Beispiel hier. Wow. Was auch immer das war, wer von euch finanziert sich kann, schreibt es dann bitte rein. Von der Architektur her, wunderschön. Und genau hier, da ist das Airbnb. Und dann gehen wir jetzt auch mal ganz kurz rein. Hier zeige ich euch nochmal. Den Eingang, das ist allein so, das ist richtig oldschool, richtig alt. Und hier geht es rein. Und genau, da war der Key, wie ihr halt so kennt, ne? Mit Airbnbs und so weiter. Hau mal das Licht an. Ah, gib dich mal. Es ist so, wow. Wunder, wunderschön. Genau, da war der Key drin. Und ich feiere halt so allgemein, wie hier so alte Gebäude. So wunderschöne alte Gebäude, wie man auch das Kreuzberg kennt. Hier gibt euch mal das Holz und so weiter, ne? Das ist, wow. Ja, das ist wirklich wunderschön. Das ist so, was mir so auch sehr, 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 sehr gut gefällt. Hier Hinterhof. Och, das ist so alt, das steckt. In diesem Haus steckt wirklich sehr viel History. Und da wundern die Leute hier ganz normal, ne? Ich zeige euch jetzt mal unser... Boah. Zeige euch jetzt mal ganz kurz unser Zimmer. Da würdet ihr wahrscheinlich auch richtig überrascht sein, wie das ausschaut. Ja? So Leute, und jetzt zeige ich euch mal oben, da sind jetzt gerade Leute, das zeige ich euch später. Aber ich will euch das jetzt mal unten zeigen, wie das ausschaut. Gary, how much you paid for this? For the whole apartment? Ich glaube, es war 200, ein bisschen über 200. Den Preis blende ich nochmal ein. Ich schaue da nochmal nach. I tell the people later the price. I remember. Wenn wir hier schauen, schaut, ne? Das ist jetzt halt, okay, klar, ne? Da sind auch ein paar Sachen da. Von Leuten. Aber es ist sehr, 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 sehr geil. Ich nehme jetzt mal die Kamera, weil dann sieht man ein bisschen besser von der Quali. Hier, das Bild ist ein bisschen strange, so wenn die hier da unten liegt. So, hier da liegt. Schaut der Typ einfach auf mich. Ja, aber so die Einrichtung. Die Einrichtung ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, 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 sehr cool. Da bin ich jetzt drauf. Wie man schaut, ist oben ein Fotostudio. Und ja, es ist sehr, sehr oldschool eingerichtet hier, das Ganze, ne? Das feiere ich. Genau, und hier ist das Badezimmer. Mach mal auch mal ganz kurz auf. Wo geht das Licht an? Das ist alles so hier. Licht, Licht, Licht. Ah, genau. Gebt euch mal. So nice. Wirklich sehr, sehr geil eingerichtet. So, feiere ich halt, ne? Das kann man auch sich leisten. Gebt euch mal, wenn ihr da sitzt auf der Toilette. Ich finde das wunderschön. Hier. Wow. Mach mal jetzt mit Weitwinkel. Genau. Unten. Und wir sind hier vier Leute. Wir sind vier Leute, deswegen passt das auch. Ja? Also zwei unten, ich mit meiner Frau oben. Und genau, hier nochmal Overview von denen. Und ja, dann würde ich sagen, lasst uns wieder rausschauen, was wir noch alles erleben können. Genau, da könnt ihr sehen, das ist wirklich, das Hotel ist sehr, 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 sehr cool. Ja? Wirklich sehr, 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 sehr cool. Das Hotel befindet sich übrigens in Belleville. Ist ein sehr cooler Stadtteil. Ich habe auch einen Vlog dazu gemacht. Link ist jetzt oben. Ist ein bisschen so wie in Kreuzberg. Und fast keine Touris. Gibt's auch Cafés und so weiter, die nicht so teuer sind. Ja, wie ihr vorhin gesehen habt zum Beispiel, da ist es natürlich ein bisschen teurer. Deswegen Bellevue. Sehr, 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 sehr cool. Und es gibt schon mal die Architektur hier und so weiter. Wow. Sehr, 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 sehr nice. Genau, hier zum Beispiel, wenn wir mal schauen, eine heiße Schokolade, drei Euro. Ein Espresso, zwei Euro. Doppelter Espresso, drei Euro, 20. Also geht vorkommend klar. Wirklich vorkommend klar. Auch ein Bier zum Beispiel, das eigentlich sehr, 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 sehr teuer ist. Kostet hier 3,50. Wenn hier irgendwo in die Stadt geht, ist es viel, 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 viel teurer. Also sehr, 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 sehr gute Preise. Wie ihr sehen könnt, da gehe ich dann auch nochmal mir einen Kaffee gönnen. Und wir machen auch noch ein Dönervideo für euch. Das habe ich mir auch auf jeden Fall vorgenommen. Wir machen ein Dönervideo. Ich habe nämlich richtig viele Dönerlin hier schon gesehen. Und wir schauen mal, wie die schmecken. Bei den Videos soll es jetzt erstmal so gehen, ja, wo unser Hotel ist. Ich bende euch da nochmal die Adresse ein. Und hier ist halt auch das Schöne, es ist wirklich nicht so touristisch, ja. Darum geht es mir halt. Ich jetzt nicht irgendwo bin und dann, deswegen, viele von euch waren wahrscheinlich schon mal in Paris. Ich jetzt nicht nur den Eiffeltower oder sowas zeige. Wir schauen mal. Genau, auch sowas hier, schau mal. So Waschraum und sowas halt. Das ist halt sehr, 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 ja. Hier leben halt Menschen, ne. Hier leben halt Menschen und es ist jetzt keine, keine großartige Touring. Genau, Leute. Ja. Das war es schon von den ersten Vlogs sozusagen. Ich muss auch sagen, also bis jetzt, wie gesagt, ich muss auch sagen, da zum Beispiel hier, äthiopisches Restaurant, ist auch natürlich eine geile Küche. Warte mal, geh mal über die Straße, dann laufen wir mal so über. Ich muss auch sagen, also ihr könnt es natürlich auch machen. Also wenn ihr wirklich hier günstig herkommen wollt, macht es mit einem Flix-Poster nur wirklich jetzt. Deswegen, sorry, wenn ich auch irgendwas, bisschen echt Kopfschmerzen von dieser, von dieser Tour, muss man sagen, ne. Das hat wirklich sehr, 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 sehr reingehauen. Ich konnte ein bisschen schlafen und dann bin ich irgendwann aufgewacht, einfach mal in Paris, Leute, ja. Ihr könnt jetzt noch Fahrrad lehnen und sowas sehen. Also es ist eine coole Gegend und wie gesagt, von den Preisen her geht es hier auch, ja. Und Sicherheit finde ich sowieso, also ich habe mich jetzt nicht irgendwo hier unsicher gefühlt. Wenn ihr mal hier schaut, schaut mal, auch Bier 4,50. Also hier geht es vollkommen klar auf Sushi und sowas. Ja, vielleicht können wir nochmal gesondertes Video machen, wo es nur um Essen geht. Genau, hier sind wir mit dem Bus auch angekommen. Also der Bus ist hier direkt von den Nord, Gars, Gars, den Nord, ja, direkt hier angekommen. Der fährt auch, ich glaube, alle 10 Minuten oder so, ist hier direkt angekommen. Und ja, Leute, also das gehört auch noch alles zu Bellevue, wirklich ein geiler Stadtteil. Wir machen nochmal so ein paar Basket-Restaurants, das will ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen. Genau, morgen, dass ihr also zwei Videos bekommt, das ist ja aus Paris, vielleicht sogar auch noch drei. Also so sportlich wie Albanien und so bin ich jetzt nicht drauf. Ja, aber ihr seht hier, Leute, schön hier rum. Ja, dann bedanke ich mich wirklich fürs Zuschauen, für das kleine Video. Wenig herkommt, Flixbus, preisgünstig. Und hier sehen uns wieder, ja, wir sehen uns wieder. Hier, schaut mal. Genau, und hier oben, da ist dann das Hotel. Also nicht das, aber ein bisschen weiter hinten, das habt ihr schon gesehen. Das ist ein Street-Dart. Ja, dann wirklich jetzt bedanke ich mich bei euch für den kleinen Vlog. Sowas macht mir am meisten Spaß, einfach ein bisschen draußen umzugehen, ein bisschen was zu erklären und natürlich essen. Wir sehen uns und ja, bis zum nächsten Video, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.